Damit du dir geileres Equipment kaufen kannst, damit du dich perfekt aufbauen kannst von Level 0, ich kann gar nichts, von Level 1, yo, ich kann ein bisschen was, bis zu Level 10, ich bin der Endgegner im Videobusiness und mache die allergeilste, die es auf der Welt gibt und jeder, der sofort sagt, Imagevideos, ey, Imagevideos, das ist doch der, der das und das macht, wenn du das geschafft hast. Video Du, einfach bessere Videos machen. Dann hast du dich richtig positioniert und zwar ist es ganz wichtig, dass du dich fokussierst auf das, was dir Spaß macht. Wenn es dir Spaß macht, ist es auch keine Arbeit, dann geht es dir ganz leicht von der Hand und zwar, du musst am Anfang verschiedene Themengebiete ausruhen. Ich habe zum Beispiel angefangen mit der Hochzeitsvideografie, das macht mir extrem viel Spaß und habe dann festgestellt, aber Marketing macht mir auch extrem viel Spaß und dann habe ich mich so lange mit dem Thema Marketing befasst, dass ich jetzt so viel Informationen aufgesammelt habe, die ich dir unbedingt gerne mitgeben möchte, denn das ist noch wiederum der größte Mehrwert, den man bringen kann, indem man die Informationen, die man gesammelt hat, einfach weitergibt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du mit dieser Information was anfangen kannst, positioniere dich richtig und fang einfach an, übe, übe, übe. Und wenn du schon soweit bist oder noch irgendwelche Fragen hast, noch irgendwas wissen willst, schreib es gerne in die Kommentare, ich würde mich riesig freuen. Mein Name ist Sven Sulik von videodoo.de und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Videodoo. Einfach bessere Videos machen.